So, liebe Leute, willkommen zurück. Es geht hier direkt weiter im Erdchen-Märdchen. So, jetzt gucken wir mal. Wir müssen in die Richtung. Da ist unser Ziel. Was haben wir denn auf dem Weg dahin? Hier wäre eine Mission. Wir hätten hier aber das Hauptzug M220, da mache ich nichts. Ne, wir gehen erstmal in die Richtung. Und gucken, dass wir das da mal ordentlich zu Ende bringen. Würde ich fast sagen. Da. Da ist er doch. Komm her. Hier ist nochmal ein Brief. Und? Wir tragen mal den Stein weg. Hä? Wir legen mal den Stein hier ab und lesen erstmal den Brief. Mit zittriger Hand, geschriebener Zettel. Was habe ich da gerade gesehen? Kann das sein? Unvorstellbar schrecken. Ist dieser Wald verwunschen oder war es der Pilz, den ich so hastig gegessen habe? Der Pilz hier. Wahrscheinlich der Pilz, ne? Wenn wir von den Pilzen essen, kommen wir wahrscheinlich wieder in Trons. Wollen wir mal die essen? Oh. Komisch. Druckbild-Herausforderung. Achte auf die Zeichen und durchquere die Türen in der richtigen Reihenfolge. Okay, wir gehen mal hier durch. Wir gehen dann die Druckzeichen. Also, ich weiß nicht. Sieht das für euch hier? Okay, eins ist aktiviert. Ich glaube, meine Meinung nach wäre das hier die zwei. Das ist nämlich sehr helles Schild da oben. Nein. Also, nochmal eins. Das hat auch nichts mit den Schildern zu tun, ne? Der hat nur ein Kreuz, ne? Das ist Nummer... Ach, Kreuz Nummer zwei. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich Kreuz. Zwei Kreuze. Ne? Das sind vier. Das sind drei. Drei Kreuze. Und da sind die Nummer vier. Und... Die fünfte wäre natürlich hier. So, das war das Rätsel. War ziemlich einfach. So. Nee. Doch, doch. Vorsichtiger Mann. Der zum Male kommt, schweigt lauschend still. So muss es auch der Weiße tun, der sich verständlich erforscht. Rätsel gelöst. Was erhalten wir? XP-Punkte? Okay. Guck mal rein in die Karte, was wo wir denn demnächst... Wir müssen jetzt hier hin. Wir könnten noch das hier alles... Und dann... Wo müssen wir denn da hin? Hä? Ach, da war doch... Wo war denn das... Das heiligen Albei da... Diese Abteil. Hä? Da waren wir doch. Peri. Jetzt... Ach, da unten ist es doch. Jetzt weiß ich das, okay. Okay, dann gehen wir mal darüber. Und gucken, wie wir jetzt hier vorankommen. Ah, da ist auch wieder so ein römisches... Aber... Es ist schon besetzt. Wir schleichen uns... Wir schleichen uns mal durch. Ich sehe nur den einen da. Ist der da jetzt hinter der Mauer? Äh, der ist doch hinter der Mauer, ne? Ah, nein. Ich wollte das nicht... Ah, nein. Komm her. Ich brech dir das Rückraff. Jetzt muss die Stau alle töten. Ah, der ist so flink. Na, komm her. Ich gebe dir auch Stärke, komm. Ich gebe dir einen starken Hieb. So, jetzt habe ich es. Der sucht mich jetzt. Komm hier hin. Ich bin hier hinten. Uh. Na ja, komm mal näher. Ich will dir mal was zeigen. Ich bleib lieber wach. Ah. Und rein da. Das war's für dich, mein Freund. Moment. Vermisst du deine Freunde? Und... Leg dich hin. Zack. Gute Nacht. Aber ist keiner mehr da, glaube ich. Die sind alle weg. Kopf ab, die Schlange hier. Schlüssel nehmen. Genau. Da habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Schlüssel ist, aber gut. Jetzt wissen wir es aber auch. Da ist noch eine Maske. Ah. Ah. Okay. Und wie kommen wir denn da rein? Das ist nämlich die tolle Frage. Wie kommt man denn da rein? Hoppa. Ein bisschen Energie verloren, aber es geht. Ja. Ja. Und da liegt sie schon. Einsam. Die schöne Maske. Sehr gut. Sonst war nichts mehr hier. Römische Artefakt plus eins. Prima. Wir können mal gucken. Wir hätten hier nochmal einen Ritter, aber... Ob wir den besiegen können. Untergraben. Schwächer Lady, indem du ihre Versorgungsgüter vernichtest. Okay. Da. Da wäre nochmal was. Versorgungsgüter. Sind wir da in der Nähe? Genau. Das ist diese Abteilung hier. Oh, der darf mich nicht sehen. Warte mal. Können ja hier durch die Büsche. Da ist einer. Der hat noch nichts gemerkt. Der hat mich schon einer wahrscheinlich schon gesehen. Zu spät. Da brenne. So. Den haben wir auch erledigt. So. Sehr gut. Die Güter sind zerstört. Bis auf den einen da. Oh, 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 oh. Bin ich jetzt... Bin ich selber hier am Verbrennen? Oh Gott. Sehr gut. Okay. Dann geht's weiter. Da müssen wir hin. Hier gibt es eine Höhle. Da gibt es noch ein paar Sachen, die wir holen können. Auf geht's. Und wir werden die so lange schwächen, bis sie ne mehr kann, doch. Sind das ihre Leute? Sind doch ihre Leute, ne? Und dann zack, hier mit der Achse und Kopf ab. So. Alles erledigt. Jetzt gucken wir mal, was es denn hier so gibt. Hier müsste es ja Püri, muss es ja was geben. Da ist ein Schlüssel. Wir nehmen uns mal direkt. Das wird an der anderen Seite versperrt sein. Versperrt. Müssen wir mal gucken. Ja. Etwas zurück. Ach, komm schon. Der will gar nicht so richtig. Guck mal hier. Versuch das jetzt. Okay. So. Lesen wir mal den Brief. Mit zittriger Hand geschrieben. Und vermerkt, was sind das für Geräusche? Die Nächte sind erfüllt von schrecklichen Gejaule und Geknurr, wie sie noch nie vom Menschenohren vernommen wurden. Einige Schweine sind plötzlich weg und heute hat Eklan eine Kuh gefunden, die in blutige Stücke gerissen wurde. Ob das Geister oder Dämonen aus der Hölle sind, Gott steh uns bei. Okay. Okay, die haben sich hier eingesperrt. Weil sie nicht wussten, was da draußen rumlungert für ein Monster. Kann ich euch sagen. Ein Riesenwolf oder wahrscheinlich. Oder ein Bär. Ne, Bären habe ich aber noch keine. Bin ich noch keine begegnet hier. Um ehrlich zu sein. Da ist der Schlüssel. Da müssen wir hin. Da. Da. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir holen mal schnell den Schlüssel. Erstmal. Wo war der Schlüssel? Hier hinter. Wir ziehen mal das zurück. Genau. Und dann gehen wir mal dahinter. Da ist doch der Schlüssel. Prima. Hier in dem Haus gibt es nichts. Können wir auch nicht mehr ran. Hier ist alles erledigt. So, wir gehen mal zu den Wölfen. Oh. Das sind die Wölfe. Ah. Super. Killerwölfe sind das. Wir können uns nicht gegen die komplett anlegen. Wenn wir die. Oh. Nein. Wir können den Wölfe hier hochspringen. Also nur der Wölfe, der Alpha-Wolf von denen, der kann nicht mehr. Oh nein. So. So. Und jetzt. Oh nein. Oh nein. Aha. Was ist das für ein Rügel? Das ist doch. Ah. Leute. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Wir haben es leider nicht geschafft. Ich danke immer, wie gesagt, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich danke. ´